So, wir spielen wieder als Donkey Kong und hierbei geht es darum, dass unsere Flasse am meisten Wasser abgekommt. Dafür müssen wir aber erstmal da rankommen und die boxen uns einfach weg. Ei, ei, ei. Oh, das war gut, das war richtig gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Alter, das sieht, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut für uns aus. Ey, lasst mich da durch. Alter, ja, bekriegt euch alle gegenseitig. Komm. Und gebt mir das ganze Wasser. Ich glaube, das müssten wir gewonnen haben. Komm schon, bitte. Jawohl, stark.